Guten Abend, ich sage herzlich willkommen hier am Marktplatz in Kitzingen. Sie haben lang gewartet auf die Musik, aber jetzt geht es gleich los. Kitzingen kann es. Schauen Sie sich das Wetter an. Ist das nicht ein super Wetter für ein Stadtfest? Danke. Freuen Sie sich auf drei tolle Tage in Kitzingen, drei tolle Tage mit Musik, mit Sport, mit Spiel, mit Spaß, mit Spielstraße. Wir haben ein tolles Programm. Heute, am Samstag geht es los mit dem VH Wohnungslauf, danach Spielstraße und am Sonntag, verkaufsoffener Sonntag, mit einem Klaviernacht. Also wir haben einiges vor für Sie. Ich hoffe, Sie haben eine schöne Zeit, verbringen viel Zeit in Kitzingen. Und ja, ich würde sagen, ich übergebe noch an den Herrn Oberbürgermeister. Und dann startet Rocks Busters und wird hier die Bühne am Marktplatz rocken. Viel Spaß! Ja, liebe Gäste, liebe Kitzingerinnen und Kitzinger, ich darf Sie auch im Namen der Stadt Kitzingen zum Stadtfest im Jahr 2017 herzlich willkommen heißen. Heute hier auf der Marktplatzbühne neben mir ist der Peter Himmel. Das ist die Kesselringbühne und drum aber auch das gute Kesselringbier. Also greifen Sie vorne zu. Und für uns ist es umsonst. Sie müssen leider bezahlen. Also, ich denke, wir haben wieder viel Vorbereitung hinter uns. Ich darf ich ganz besonders beim Stadtmeigeringverein und natürlich bei den Gastronomen ganz herzlich bedanken, die die Vorbereitung mit der Bewerder Manier durchgeführt haben. Es steckt viel Arbeit dahinter. Wir seitens der Stadt können das unterstützen über unseren Bauhof, die schon die ganze Woche unterwegs war mit Aufbau. Auch da ein herzliches Dankeschön. Danke auch an die vielen Sponsoren. Ohne die wäre so ein Stadtfest überhaupt nicht möglich. Also herzlichen Dank. Sie sehen, mit Kitzingen ist was geboten. Kitzingen kannst. Dafür birgt auch der Stadtmeigeringverein. Und ich danke allen, die sich engagieren. Ihnen danke ich fürs Kommen. Ich wünsche Ihnen drei schöne Tage hier in unserer wunderschönen Stadt in Kitzingen und unseren Gästen einen schönen Aufenthalt. Vielen Dank an alle. Viel Spaß heute Abend. Und alles Gute für die nächsten zwei Tage. Jetzt habe ich das Mikrofon nochmal an den Jan Kober von der Sparkasse übergeben. Ja, ganz kurz und wirklich ganz kurz. Auch ich freue mich natürlich, dass ich hier dabei sein darf, dass ich das Stadtfestwüter öffnen darf. Liebe Kitzinger, liebe Gäste aus nah und fern, euch allen viel Vergnügen, viel Spaß und vor allem dem Veranstalter und auch ein gutes Gelingen, das alles passt. Hier wird es das Stadtfest eröffnet. Hallo halt. Dann mache ich das für uns auf die Welt. Wie overtieren Sie, auf die Kamera? Jetzt muss ich schaue. Wir müssen noch zwei Karten wiederholen. Wir müssen noch mehr ein paar Karten wiederholen. Ja, wir werden uns jetzt da machen. Wir müssen noch mehr ein paar Karten wiederholen. Dann ist es in der Natur zu bekommen. 9000 Stunden in die Welt. Wir wollen nach dem Nacht. Wir wollen nachends nach. Sie sind das Jahr. Untertitelung. BR 2018 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 Visions of what we do got And in my heart it goes Love will take down to my dreams Give it away, give it away That's all in one direction Come on, one nation One nation Come take the fight Just expect it Go through the night Without a race Whoa, 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 whoa Fire, 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 fire One more, whoa, whoa Whoa, whoa, whoa Musik Musik